Tipp, 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 tipp. Ja, so, eigentlich sollte jetzt ja das Ergebnisvideo zu dem Battle zwischen Smitty und Team Malle online kommen. Leider sollte es nicht sein, ich habe in den letzten zwei Tagen bestimmt zehnmal versucht es zu rendern, aber mein legal erworbenes Sony Vegas ist immer wieder mit einem Fehler abgebrochen und konnte es halt nicht rendern. Jetzt darf ich mich in Adobe Premiere einarbeiten und damit weiterarbeiten. Nichtsdestotrotz habe ich das Ergebnis natürlich hier stehen, kann man das lesen, ja. Team Malle gewinnt 15 zu 3 gegen Smitty. Herzlichen Glückwunsch an Team Malle, vielen Dank auch an Smitty. Ich finde, du hast viel besser abgeliefert, als es dieses Ergebnis jetzt aussagt oder wie es aussieht, wie dem auch sei. Team Malle trifft jetzt im Viertelfinale auf Team Hamburg und ja, freue ich mich sehr, sehr drauf. Wird, glaube ich, auch ein sehr cooles Battle. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile um die Gesundheit von MC Baum steht, aber so oder so wird es, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Battle werden. Ich bin auch gerade nicht in Berlin, wie ihr seht, sondern in einem ländlichen Dörfchen in der Nähe von Braunschweig. Genieße hier ein bisschen die Landluft, werde aber das Video natürlich dann in den nächsten Tagen nochmal nachreichen, das Ergebnisvideo. In der Videobeschreibung ist aber auch schon eine SIP-Datei verlinkt, wo alle Jurorenbewertungen drinstehen, sodass ihr auch hören könnt, dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Ja, ansonsten gibt es auf jeden Fall dann die Tage auch noch ein Video zum Viertelfinale, wo ich kurz auf die Battles eingehen werde, glaube ich. Und einen Podcast würde ich auch gerne machen, wenn ich dafür ein paar Teilnehmer zusammen trommeln kann, aber das, denke ich, wird schon klappen. Da kommt auf jeden Fall was auf euch zu. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag.